Hallo, hier ist der Christoph von Schnauz 58 und ich habe wieder zwei Messerchen vor mir liegen. Das Light My Fire von Mora wollte ich ja schon länger haben, jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben und da habe ich es mir beim Lasse im Waldlaufer Shop bestellt. Ein schönes Messer, wie ich finde und praktisch noch dazu mit dem Firesteel im Griff. Ich mag ja Mora Messer, ich finde die Teile einfach klasse und das soll in Zukunft mein Schnitzmesser werden. Durch diese ausgedünnte Spitze ist es dafür ideal, wie ich finde und man hat zusätzlich noch einen Feuerstahl dabei, wenn man sich mal ein Feuerchen machen will. Jo, und heute war ich noch bei meinem Messerhändler und da habe ich mir noch einen Victorinox Excelsior gekauft. Ein 84 Millimeter Modell, das Messer ist sehr dünn, trägt nicht auf, hat eine große Klinge und eine kleine Klinge und ist somit ideal für mal im Hemd oder im Anzug mitzunehmen, ein kleines feines Messer mit diesem Kunstleder-Etui oder Kunststoff-Etui. Jo, das wollte ich euch mal zeigen, das Excelsior von Victorinox und das Light My Fire von Mora. So, da wollen wir gerade mal noch probieren, wie scharf das Teil ist. Also man kann nichts sagen, als Auslieferungsschärfe, wenn man das noch mal übers Leder zieht und dann geht das. Und das Victorinox ebenfalls eine gute Auslieferungsschärfe. Also, sehr schön. Jo Leute, das sind die beiden Messer, die ich mir zugelegt habe. Das Light My Fire von Mora und das Excelsior von Victorinox. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.